Wanda und Vision, sind wir nicht ein schönes Paar? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig irre. Von wo sind sie hergezogen? Seit wann sind sie verheiratet? Und wieso? Haben sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir von... Von woher gezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, Afer, Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Passiert das alles wirklich? Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist. Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. Bei Girä Zeus hat das alles stets my life time. Bis zum nächsten Mal.